Militärpolizei bei mir im Laden. Ich freue mich immer wieder, wenn ich meine alten Kameraden bzw. Soldaten aus dem Bundesheer sehe. So habe ich am Freitag eine fette Lebergäsbestellung, heiß von einem über 6 Kilogramm bekommen. Auf einmal stehen zwei Jungs von der ANP heute bei mir im Laden und wollen den Lebergäs abholen. Geil, einfach nur geil die Uniformen zu sehen und das wunderschöne rote Barrett. Wobei das von der Garte noch ein bisschen schöner ist und es ist einfach geil sich an die Zeiten zu innen im Bundesheer. Warst du im Bundesheer oder eben in der Bundeswehr und wenn ja, bei welcher Kompanie?